So Familie Schröder, dann gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zu Ihrem neuen iX20. Und bevor es jetzt auf große Fahrt geht, gibt es noch eine kleine Einweisung. Hat nämlich ganz schön was zu bieten. Unser großer, kleiner, ha, ha, ha. Sehen Sie? Das Smart Key System zum Beispiel. Das heißt, der iX20 erkennt, wenn Sie sich nähern und entriegelt die Türen per Knopfdruck. Der Schlüssel kann in der Tasche bleiben. Ah, übrigens, auch zum Losfahren. Alles funktioniert per Start. Aber das kennen Sie ja noch von der Probefahrt, ne? Vielleicht was zum Innenraum und der Rückbank? Einfach den Hebel ziehen und die Rückbank lässt sich beliebig verschieben. Sogar asymmetrisch, großzügiger und geräumiger geht's kaum. Panorama-Dach hat er natürlich auch. Öffnet und schließt in Sekunden. Alles per Knopfdruck, versteht sich. So, dann bleibt mir nur noch Ihnen allzeit gute Fahrt zu wünschen. Ja. Ja. Achso. Wem darf ich denn den Schlüssel überreichen? Nein, bitte. Bitteschön. Vielen Dank. Ich möchte doch noch ein Autogramm. Achso, ja. Er hätte so gerne noch ein Autogramm. Wäre das möglich? Das ist doch kein Problem. Ich danke dir. So, großer Mann. Das ist für dich. Danke. Kathrin Zeitung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017